auch und dann noch mal hoch LÖ das sollte auch stehen bleiben und es geht ja alleine gar nicht ich glaube schon dass es geht also nein ich glaube gar nicht Merkwomen zu zusammen machen die Welt nicht LÖ Ok warten Boah ja sicher Juni bleibt doch einsam bleib ich halt stehen da kann man, wie kann ich wieder durchbringen das geht bei mir nicht du musst ganz am Ende von der Kante abspringen Anfeile ich dir nicht durchbringe oh je hör auf an der Wand rumzulaufen Läufe 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 Altraum so gut ja einmal noch Läufe dann habe ich ja noch ein zweites Mal wo ich mir egal okay, drittes Mal auch noch, oder? und für das ist es du bist doch... Alter, was ist denn jetzt los? okay jetzt hab ich keine Lust mehr noo, fuck ich war okay, warte, bleib stehen warte, muss ich nur noch die Leitung sicher hochkommen auf den Block dann jawohl, ich hab's geschafft und... lol okay, das was ich gesehen habe, war doch nichts Ende jetzt muss du das, glaub ich, erleichterstaffen für was ist eigentlich der große Sandsteing-Block das ist ein großes Sandstein-Block jetzt kapiere ich nicht gleich am Anfang hey reicht doch so ein Sandstein-Turm hier, der? ja keine Ahnung wie wär's jetzt stell ich mich drauf ich hab's ja geschafft ja, ist okay so spring das war's ich hab's mal das war's das war's Prozent 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 mit allen vier Sprüllen oder was Prozent Leiter Prozent Kupfen und jetzt Prozent Prozent ich glaub das war jetzt ein bisschen beschummelt, oder? oha naja alter alter leg mich fett nein, jetzt springt der mit ich war doch schon um die Ecke ich war schon hinten bei der Ecke was echt? ab und fast durch mal so als Tipp, gell? es geht einfacher wenn du von hier springst an laufend wo war's? ich weiß gar nicht wo du bist bei dem Sprung wo du grad verkackt hast und wo du auch verkackt hast das ruckelt so im Sprung, weißt du? das ist voll scheiße was gibt es bei dir? ich hab keine Ahnung so beginnt mal bei mir und das kann ich mir auch nicht erklären was? ich war auf dem Blog und der ist nochmal gesprungen wenn du die Leertaste hältst ich spring nur bei der Leertaste und dann lass ich die Leertaste los wenn ich sie überhaupt drück jawohl geschafft, alter nicht dein Ernst nein, es springt perfekt oha die wollen uns verarschen die wollen uns echt verarschen und da muss man jedes mal neu anfangen na das nicht wahr von hier hinten na viel spaß viel spaß viel spaß ja lauf mal rum na viel spaß ist der Checkpoint ja ne, das sind drei Gänge die wir springen müssen ach du heilige ok, zweieinhalb aber trotzdem guck, warum springt der da nochmal? das meinte ich das meinte ich da kannst du durchhüpfen bei dem ersten ja, das ist mir auch klar lol warum buckelt das bei dir auf einmal so? ich hab keine Ahnung weil sonst schruggelt bei mir und bei dir ne? fuck oh leil au das war ich aber nicht ja, ich weiß boah ey jetzt schaff ich nicht mal den Sprung ich auch nicht mach dir nix draus wir sind solche Noobs aber wenn du die Sprünge hier verkackst dann kommst bei denen um die Ecke hier auch nicht mehr weiter ok kann ich ja mal nur umlatschen nö, lieber nicht sieht man ganz gut was für Sprünge da kommen nein nein oh man ach du Schande du hast gesehen mhm das war nur die Hälfte das war ich nicht das war ich nicht ich weiß oh man ey der springt nicht ok ok nein alter wie hast du die Sprünge allein schon geschafft? welche? die die da so weit sind nimm es nach oben ich warte mal hier auf dich highlighted kann ich noch 10 Millionenjahr wjäbern she до 10 Millionenjahr duposten Alter, ganz knapp, auch die Leiter geschafft, ganz knapp. Ich schaff die, ich springe hier nicht. Blackstart bei dir. Eigentlich nicht. Dann bleib doch mal stehen und fang da von vorne an. Na, oh, oh, oh. Wie von vorne anfangen. Alter, was ist denn das so? Ah. Ich komm da nicht drauf. Alter, ich. Oh je, ah, lol, hier muss ich um die Ecke springen. Na, klasse. Ja, okay. Alter, tschü, ha. Oh, und jetzt nur noch über den Zaun. Ja, ja, geschafft. Ja. Ich war, ich sag am liebsten gar nichts mehr. Ja, ich hab's geschafft, ich bringe es Ihnen gar nicht so schwer, wie sie aussehen. Nee, überhaupt nicht. Nein, wenn du den auf die Leiter geschafft hast, dann nicht alles easy, easy. Kein Tasch ist. Wie wär's, wenn du dann mal neu anfängst und ab von dem Block los sprintest? Dann geht's praktisch schon fast automatisch. What's from you? Ja. Was machst du, du musst von dem... Warum soll ich von dem da hinten abspringen? Nein, nur loslaufen, ne? Hä, wie loslaufen? Ja, von da so los sprinten und dann da vorne hüpfen. Und das geht.